Oh fuck, jetzt habe ich mich selber überwarnt. Oh no! Und wo willst du sie hin haben, dann versetze ich mich nochmal kurz. Ja ne, warte mal. Rennen kannst du mir mal kurz zur Pleist legen, für den Garni. Ey, hallo, Kollege. Hätte mal auf mich gehört. Push doch mal, Leute. Pushen, pushen, pushen. No, yow. Guck mal. Puma, auf mein Blick. Ich bin gleich da. 8 Sekunden. Dann zum weitermarkieren. Super weit. Er ist ein Graben, jetzt kommt er die. Weiter hoch. Ist doch. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben eine Feingabe abgebaut. Kommander, unteres Aktu für den Heavy. Achtung, nördlich von Grand Prix wurde gerade unsere Garnison abgebaut. Pass auf, die Flieger kommt auf was. Baker, Markhofen. Doc, Abel, wie läuft die Flieger? Was ist das auf dem Auto? Ja, ist beides heiß. Ja, ist beides heiß. Luchs auf der Hauptstraße. Zwei OPs bei mir rausgeholt. Wie gesagt, die haben keinen einzigen. Ich muss mich nach hinten versetzen, um eine Garni zu bauen. Unsere Leute kriegen das nicht hin. Wir haben direkt gespott. Schöne gemacht, unser Sponsorsgurt vorne. Dankeschön. Das ist eine Ratte, ey. Wir hören doch, der ist genau da. Nice. Oh, no, 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 no. Was soll das jetzt? Hört ihr mich noch? Ja. Ja, ja. Wir brauchen jetzt ein Kapellen-OP, dass wir alle schön beten gehen können. Südwest, hier ist sie gar nie. Dann mach weg, Befehle ausgeführt. Gut gemacht. Gerne. Oh! Arsch mich doch.